Ich fass es nicht, waren das wirklich 18.000 Dollar? Schnell weg. Herr Werner, das ist Jerome. Hi. Er ist Chauffeur. Einfach toll. Sie wollen ihn für eine Rolle bei Battlestar Galactica? Das handelt sich nur um Blue Matrix. Ich bin ein Fan von Ihnen. Oh, danke. Na dann, viel Glück.